Und da sind wir auch schon wieder beim zweiten Part von Let's Play Call of Duty. Ah, ich war wirklich mit dem Stuhl um. Ja, und es tut mir leid, dass ich im letzten Part mein Gesicht immer nur halb drauf war. Deswegen werden wir ab da etwas enger rücken und... ...dass ich mein dummes Grinsen drauf hatte. Oder dass ihr allgemein mein Gesicht sehen musstet. Ja, also Confused User. Der eine... ...Eine Note. User und... ...Claudie Day. Äh, dann probier ich mal Confused User da einzugeben. So. Confused... ...da? Hier, was war das? Cloudy Day. Cloudy Day. Cloudy Day. Mit O. Hm? Okay, 3, 3, 8. Ähm. 3, 3, 8. Ähm. Da war jemand am Fenster, hast du das gesehen? Mhm. Ich geh zurück Minecraft spielen. 3, 3, 8, 9. Jill und David. 3, 3, 8, 9. Merkt ihr das? 3, 3, 8, 9. Da war hinten vergewaltigt, während wir Minecraft spitzockt haben. Irgendwie werden wir hier fahren. Ja, was ist das für ein Pisser? Wer soll läuft... Wer soll macht die Tür auf, sodass Leute nachsehen, warum die Tür aufm ist und geht dann so in die Scheibe. Lüge. Warum kommst du ja nicht einfach rein und... Ja, das wäre besser gewesen. Oder vergewaltigt der... Unvergewaltigt der... Okay, 3. Pfff. Was ist das für ein Geräusch? Ah. Uh. Alter, hab ich mich erschrocken. War du geschlagen hast, oder was? Nein, der ist irgendwie so komisch gegangen. Also ich erwarte den jetzt... Über... 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 Nach jeder Ecke. Ja. Fest nach Sterne. Da, da, da ist ein Gang, da ist ein Gang, da ist ein Gang. Sackgasse. Ja, da seht ihr mal. Er hat Sackgesackt. Okay, da. Wenn wir hier auf seine Gänge hören, dann seht ihr mal, was da passiert. Plopp. Scheiße. 3, 3, 8, 9. 3, 3, 8, 9. Okay, ich sprinte da jetzt hin. Letztes gleich je wieder. Sprinte da nicht hin, das Sprinten macht mich irgendwie Angst. Gegen des Spons dabei. Glaub ich mich schon freue, das Video gleich nochmal anzuslayen. Oh nö. Help me. Okay. Was solltest du dir merken? 3, 3, 8. Ich wette, das ist jetzt eh wieder falsch. 3, 3, 8. Ah. Nein. Leck mich. 3, 3, 8. Nein. Ah, nee. War richtig. Ich will ja nicht reingehen. Ich reingehe. Alter. Scheiß Tür. Alter, warum ist es hier so dunkel? Ich wette hinter der Ecke ist. Du bringst mit dem Handy, wenn mir ne Taschenlampe an. Nee, aber ich glaub, der kommt bei Jürgen, was er bürtet hat. Bitter, ist doch fresse dumm. Okay, nein, da ist nichts. Nee, da ist auch nichts. Alter. Oh, da steht, guck mal, da steht jemand drin. Äh, entschuldigen Sie, wissen Sie wie man hier zum Reh bekommt? Jetzt bekommen wir 30 Milliarden Euro, weil wir das gesagt haben. Alter, hat mir alles erschrocken, als du deine scheiß Hand gegen den Tisch geschlagen hast. Das haben wir doch jetzt nicht. Und? Au. Geh da jetzt nicht rein. Geh da rein. Geh da rein. Geh rein, du Spasti! Zürgerst du auch nur Zeit, ne? Es hat die Tür abgeschlossen. Das geht nicht! Die Tür war sehr weit. Vorher kennt ihr ja unsere Handynummer. Junge! Vor der Spanner! Ich hab doch gewusst, ich hätte jetzt den Typen... Warte, 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 sag mal leise, sag mal leise, sag mal leise. Irgendwann braucht aber ganz dringend jemand sein, den Hala tut. Da leckt mich! Ganz ehrlich, da soll ich da jetzt reingehen, jemand sagt, strafft ihr in der erste Weiß? Look to the world! Rechts neben dir öffnet sich eine Tür und danach hörst du so eine kranke Lache. Tu deinen Schlüssel irgendwie weg! Das... Was machst du da? Anders hier helfen. Mit's bequemes. Hab ich eigentlich den Timer gestellt? Nein! Hab ich nicht! Jetzt doch auf eine Minute setzen, oder was? Manu, wo? Oh, Manu! Also, falls es die Folge etwas länger oder kürzer sein sollte, ich entschuldige mich. Nicht mehr wieder vorkommen. Ich will wieder Zeit schinden! 3 zum Blick. Oh, what the fuck? Das ist ja mal ein Messer. Das ist es. CD-Rekorder. Ach so, damit kann man sein Spiel. Ah! Ja, und das war hier die Datei, als wir es schon mal angezockt haben. Ab jetzt. Jeder weiß ja, was passiert, wenn man abschließt. Da ist noch eine Ecke. Oh! Siehst du das Symbol da links oben? Das war die neue Nachricht. Da ist jetzt hinter der Ecke was. Weil wenn... Alle guten Dinge sind dran. Puh! Ahaha! Oh, Mann! Plötzlich scheiße schwarz geworden. Boah, Junge, da muss wieder dringend jemand sein Inhalator. Was klingt denn da? Eine Hand. Oh, das ist ein Bier. Ach du scheiße, wer ist das denn da? Birth on the fly? Die beste Animation ever. Fuck. Hammer! Ach du scheiße! Was ist das für ein Vieh? Wie man sieht, beste Texturen der Welt. Sie hilft nicht. Nein! 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 Alter! Alter! Wie kommt? Alter! 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 Junge! Mami! Alter! Ich weiß, er ist ein Spaten. Und ich hab ihn ja geschlagen. Ja? Hoffentlich hatte ich gemacht. Ja, kein Signal. Das heißt, wenn du mal den... Alter! Guck mal, wie schön das Messer jetzt blutverschmiedet. Warum ist das da hinten rum? Das ist eine Fehltextur! Fliegende Textur! Fliegende Textur! Alter! Wie hat der sich denn auf mich zubewegt? Das war so... Wie so ein Glitch! Äh! Äh! Ich schwitze! Wetter! Das ist Morphium! Ja! Ich morf! Geil! Sprichst du dir ein bisschen so in den Augen... Restores Health! Okay! Das sind die Medi-Packs! Jump! Jump! Da ist Wasser! Ja! Irgendeine Brühe! Wow! Das heißt, wir klettern in den Kanal rein! Und ich... Ähm! Was ist das für ein geiler Sound? 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 Ich guck mal eben! Ich will nachsehen! Nein! Was ist wenigstens für das Spiel schön animiert? Einigermaßen! Sechs nochmal zu starkem und töte den aus dem Hinterhalt! Wo? Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ich straff den doch nicht mal! Geh weg! Ähm! Hey! Warum stand der nur noch auf einer Stelle rum? Wahrscheinlich hat der gerade währenddessen gepisst, deswegen ist die irgendwann... Ehh! Wer ist sicher? Warte hin... Ich wette mit dir hinter der Decke ist auch wieder... wieder irgendwer... Alter, hab ich mich gerade von dem Geräusch... Das war nur der Stuhl! Nein! Ich hab mich von dem Geräusch gerade erschreckt, dass das Lied kommt! Alter! Da ist jetzt jemand! Ja! Ja, oben! Ja! Oder ist es... Es ist eindeutig auf! Es ist einer, ja! Aber der... Der wirkt sich nicht hier hin! Ich werde ihn nicht in der Nungelkeit bekämpfen! Ich mach mal was! Kombiniere die beiden! Das sind nicht viele Probleme, Junge! Ich glaube, ich benutze das als Thumbnail! Junge, was sind nicht viele Probleme! Geh tot! Au! Das ist nicht nett! Okay, es macht eindeutig nicht mehr Schaden, wenn man das so nimmt! Einfach nur langsamer! Ja! Ja! Eine Treppe! Da dahin! Bevor so ein Pisser von hinten kommen kann! Perversling, du! Ja! Geht erst mal alt, Junge! Erst mal alt! Ne, die! Warum nicht? Ne Speicherkassette! Boah! Das Problem wird's sein! Ich wette jetzt... Kommen wir mal mal... Kommen wir mal wie viel... Minuten wir noch... Ich wette jetzt... Genau in dem Moment... Zwei Minuten haben wir noch... Oh Gott! Nein! Nein! Ich wette, wenn ich dran bin, da kommt sofort ein Scheißviech! Das ist vielleicht... Geiß Musik! Links auch noch rechts... Links und rechts gibt's nen Weg! Was? Links und rechts gibt's nen Weg! Woah! Bleib da! Bleib da! Du musst nicht herkommen! Du musst... Alter! Alter! Komm! Bleib! Alter! Was macht der denn für Geräusche? Boah! Der hat mal ihren Inhalator vergessen! Er hat das auch noch ne Ecke hinter dir! Hinter dir ist auch mal... Nein! Na krasse! Ich will da nicht hin gehen! Bleib da! Bleib da! Bleib da! Bleib da! Husch! Damit spielt man nicht! Hat dir deine Mutter nicht beigebracht? Man spielt nicht mit dem Feuer. Also mit meinem Heim. Okay, wir haben zwei Wege zur Verfügung. Geh nach unten. Mit dir ist jetzt... Oh! Junge! Junge, hat der mich erschrocken! Alter, Alter, Alter! 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 Pass auf, einer. Oh nein. Ähm. Ah, okay, okay. Verstehe. Der andere Gang, das war eine Tür. Alter, hat der Pisser mich erschrocken. Und da meldet sich der Timer. Gerade rechtzeitig. Also, danke fürs Zusehen. Und was uns in dieser Tür erwartet, das wird er und ihr werdet das im nächsten Part sehen. Danke fürs Zusehen. Und entschuldige mich, falls der Partys noch etwas länger oder kürzer sein sollte. Ab dem nächsten Part wird der Timer gestellt sein. Dann danke fürs Zusehen. Und wir sehen im nächsten Part, wie sich dieser kleine Scheiß seine Hosen schallt. Macht's gut! Ciao! Ciao! Wow! Lass da ein Dislike, da! Das war so! Ich hab's geimpft! Ich hab's geimpft! Ich hab's geimpft!